und natürlich können wir nicht rüber klettern das ist ja klar wäre auch zu einfach gewesen na warte mal hier vielleicht da hier ist ein staffeldraht warte mal hier geht es da bestimmt drin, bestimmt müssen wir nur die feinde hier wieder töten schießt er mit feier und bogen, hoffentlich fällt Arschloch was sollst du denn hier drin gehen? ist da alle zu, vielleicht ganz hinten noch am ende öffnet sich das tor wieder hier vorne, wenn wir einmal drum herum gelaufen sind ja das war schon mal komisch warum sollte sich das tor öffnen würde jetzt auch nicht so viel sinn machen komm hier her, ich habe neue aufträge du hast neue aufträge? mhm fuß sans kopfgeld einsatz kopfgeld einsatz 14 minuten das lager in der constitution wurde überrascht abgeriegelt dann machen wir es wohl auf die altmodische tour, wir machen ne menge krach und hoffen dass sie aufmachen das hier gleich das hier gleich ja, dann wollen wir das machen oh guck mal was da, der hat lila ne sache auf jeden fall er hat das schon automatisch du loot ja eine bastarde na klar komm dann machen wir erstmal da und dann nehmen wir die wieder zurück die markierung müsste ja schon passen hier lang wöö fatsch hey ach du bist da rein gerannt ja du bist glaube ich beim Einsatz, beim Nebeneinsatz jetzt drinnen ach so ja du hast jetzt den Nebeneinsatz gestartet das war natürlich nicht meine Absicht ich hab mich schon gewundert, warum hier irgendwas explodiert neben mir okay ja du kannst ja den Nebeneinsatz machen und ich mach dich Kopfgeld genau und wie bist du jetzt da reingekommen? zeig ich nicht mit dir ich bin einfach vorher links abgewogen ach so ok aber gleich sind wir da da stehen sie schon da brauchen wir meinen neuen Scharfschützen, wir werden es mal ausprobieren warum heize ich meine eigentlich nicht so hier sind sie ich werde mal Stellung beziehen oh wie juckt's mir in den Fingern ich juckt's mir in den Fingern na, mir auch gut ich würde anfangen los da hinten ja 3 2 1 go meine Fresse wie lange wo lehnt er sich denn schon wieder an hier überall man Und schon wieder geht er da um die Ecke rum. Mit dem Anlehnen nervt der Tiere teilweise, dass der sich da überall einmacht. Das Fahrradtor war hier ja nicht. Ne, glaube ich. Na einen Meter, aber hier sind wir. Ziel neutralisieren. Warte mal, hier in dem grünen Bereich kann das sein? Hier ist so ein grün markierter Bereich. Ne, das ist bloß das Lager. Ne, ne, wir sind von dem Kopfgeld-Einsatz nur ein Hütestück weg. Aber der hat mir doch die Markierung... Der ist da hinten. Achso, dann hat er die automatisch gelöscht die Markierung wieder. Marschloch. Hier ist das jetzt irgendwo. Geil, dass du von Gelber hier bist. Ah, das ist direkt in Gelber. Ja, schön. Was ist denn hier im Weg, Mann? Oh, nee. Jetzt nicht. Du können hier bitte ranlehnen. Erden hier klebezeug. Oh, ich werde hier schon wieder von allen Seiten schossen. Oh, nein. Der ist tot. Der Komma. Ähm. Okay, alles klar. Alles gut. Oh nein, der hat sich geheilt. Ich muss noch kurz rein. Wo sitzt du denn? Du komm doch. Warum? Ich verstehe das hier aber nicht. Was ist denn? Ich kann mich nicht an der Mauer anlehnen, hier. An der Seite. Da kann man sich nicht anlehnen. Okay. Gimisch. So. Oh, Granatwerfer. Achtung. Ich schütze aufgestellt. Von rechts, von welcher? Ja, von links hoch. Ich kümmere mich mal um die Links hier. Granaten. Oh, komm, hör auf mit den scheiß Granaten hier, du Wichser. Was macht er denn? Der hochgekletterte Vollidiot, ey. Der dicke Bruma kommt. Ja, ich schließe schon mal genau dahin, wo ich hin woche will. Kommt da, kommt da. Okay. Hier ist auch noch ein Lieder nach links. Wo ist denn der jetzt? Nein, wir sind diverse. Oh, da, da. Alter, ey. Oh, genau. Der belebt den da gerade wieder, glaube ich, da hinten. Und damit fangen sie jetzt mal wieder an, wa? Wird ihn wieder beleben. Och, Mann, hör doch mal auf, Junge. Wer schießt die Granaten so mega präzise? Ach, ja. Ja. Dein Glück gehabt. Er weiß auch, ob überall gepanzert war. Mhm. Jetzt legt der sich hin, oder was? Was macht der denn da jetzt? Grebt sich ein Loch. Mhm. Blatt nach. Ach, komm, bitte. Okay. Sehr gut. Meine Fresse. So eine Ruhe. Aber das war der jetzt schon, oder? Nee, war er noch nicht. Boah, das war immer davon. Das sind drei. Oder zwei. Ja, ja. Was? Du musst vielleicht nicht mehr schießen. Was? Sehr gut. So. Jetzt redest du nicht mehr. Boah, jetzt steht ja einer. Warte, ein Wichser, ey. So, jetzt geht das eigentlich erst los. Ja. Oh, ja. Das war ja keiner von denen. Ja, das ist klar. Das war ein kleiner. Vorgeplänkel. Koffe Rewe klingert jetzt hier nicht. Das ist nicht. Oha. Komm, hör. Wuuuh. Ja. Corporal Michaels. Da oben steht er. Michael, da oben steht er. Oh, mehrere. Ach, die haben uns schon gesehen. Da hinten steht der Bastard. Oh, ist klar. Nee, hier oben läuft auch er lang. Da oben. Alter. Alter. Scheiße. Was? Kommt der denn schon wieder her, ey? Okay. Meine Güte. Unglaublich. Oh, da trifft er dich. Okay. Ach, da ist er. Ist er runtergesprungen? Oder runtergefallen? Hier ist eine Wappenkiste. Ach, was? Was? Warum ist hier alles? Da gab es. Ach, da bist du. Okay. Hier läuft er. Und aus den Augen verloren. Ach, da. Ach, da. Ich hab mein... Nun lad doch mal nach. Okay. Da hinten ist noch der andere gelbe an dem Polizeiauto, genau. jetzt kommen sie wieder von der anderen seite irgendwo her ja definitiv das ist jetzt uncool scheiße ich versuche mal zu dir runter zu kriechen ich sehe jetzt auch nicht dass da irgendwo was ist oder man kann jetzt nur hinter die kante noch versuchen leute kommt schon hallo wie immer kommen sie wieder alle kamen alle von der seite jetzt zu der position hier oben neustart punkt auch nein jetzt ist doch weg glaube ich glaube ja ich glaube das kann man nur einmal probieren und dann wenn man stoppt hat man pech gehabt naja unten kam es auf einmal von allen seiten dann von links auf einmal eben da waren erst alle weg und dann kamen sie alle wieder und das war blöde mann nun lad doch mal also immer diese langen ladezeiten derzeit wahnsinn naja dann nehmen wir halt zu dem scheiß egal machen wir den neben einsatz da wurscht ich habe nicht der letzte kopf fällt einsatz und die haben richtig gut in sich da die dinge glaube ich werde auch wieder die waffe wechseln die gefällt mir nicht das scheiße ist ja auch geil dass von mir auf einmal lilaner loot spawnt einfach so ok und nicht schlecht ich habe nicht mal die kiste hier aufgemacht aber hier steht genau ist einfach von sich aus auf die jungen soll er mir sagen hier findet loot ach nee ich weiß warum die habe ich vorhin aufgemacht schon deswegen lag das da schon ah ok ja ich habe nichts gesagt weil du schon so weit weg warst das energiesturm wäre schade wäre schade so jetzt müssen wir ja wieder den eingang finden na gut er ist da hinten das ist ja jetzt nicht so schwer das lagern der constitution wurde überrannt und abgeriegelt dann machen wir es wohl auf die altmodische tour wir machen die wege krachen und hoffen dass sie aufmachen ja auch hier oben geil da läuft er bei ihnen so auch nett hast du getötet ach komm schon komm hoch man junge junge viel besser mit der waffe hier ist auch mal ein kistchen aber es ist einfach nur um was woher kommen sie schon naja explodiert boah arschloch Ruhe jetzt noch Munition wir müssen sie irgendwie durch das tor bringen vielleicht hat isaac eine idee sprengstoff erkannt oh gelber was das oh jetzt kommt er ist sprengkörper auswendig machen ich habe hier einen sprengsatz gefunden hier ist eine waffenkiste hier ist eine rote kiste ich weiß nicht was da drin ist explosiv munition hier hinten bei mir noch durch das lager kämpfen ja lehn dich ins auto genau ja den habe ich nicht getroffen glaube ich aber nicht auch die wird bin ich bescheuert oder was wie sauer was sind die blendfackel oder was das kinder blendfackel die sucht ich und dann explodiert sie bei dir kennen sich gewonnen hat konnte gerade am eigenen leib erfahren achso ok hast du draus ich von schon einen mal gud starten sie den sender neu das sollte die verbindung trennen kann wir schon machen Ich suche hier noch kurz ab, dann kann ich sie machen. Mal gucken, da kommen doch sicherlich gleich alle wieder raus. Stimmt, jetzt. Sequenz abpassen. Nein, noch nicht. Noch nicht, okay. Hier ist doch bestimmt doch irgendwas. Ne, noch mal Munition. Schockmunition. Ach, jetzt hat er die getauscht. Und die doch für Scharfschützengewehrein dann. Na ja. Eine Kindersocke. Den Fetusch nicht zu befriedigen. Ja, jetzt hat er die Schockmunition schon aufgenommen und mir noch zweieinhalb Meter davon entfernt stand. Okay, eine habe ich schon mal. Gut. Und die andere. Wo ist die? Ach, da hinten. Ach, da hat dieser Teil. Hä, was macht der denn jetzt hier? Und schon kommen sie alle wieder aus ihren Löchern gekrochen. Okay. Umhoch. Ich bekomme kein Signal. Überprüfen Sie mal die Stromversorgung. Der wartet schon. Für die erste. Oh, hier ist noch eine Waffenkiste hier. Ja. Ja, das brauchen wir schon mal was Lieder. Und Scheiß, ey. Schön, herzlichen Glückwunsch, hast du wieder was Lieder nicht, ey. Ich will auch mal wieder ordentlicher Loot langsam finden, ey. So gut sind die Lieder nun, oh, vielleicht nicht. Na verpasst du nicht. Immer noch nichts, vielleicht haben die einen Störsender. Bäh. Ne, ne. Achso. Ich dachte, da oben ist es. Ach hier. Ach hier ist es. Ja, ich empfange den Sender laut und deutlich. Na, ist doch schön. Dann kommt raus. Ich stelle mich schon mal hier an die Minigun. Oder willst du? Ne, das war auch meine Idee. Ja, genau. Und ich war wieder zuerst da. Aber trotzdem kommst du immer vorher dran, komischerweise. Ist immer geil. Da kommt ein dicker. Ein gelber Bastard wahrscheinlich. Oh Gott, der ist voll die Lusche. Ja, der ist voll die Pussi. Pussi, Kind. Steht noch einer ein. Den sieht man ja gar nicht. Komm, Attentäter. Ah, schön, selbst in die Luft gesprengt. Wunderbar. Verrückliche Verstärkung. Brauchen wir nicht. Ja, wieder was lilanes Spawn lassen. Ja, natürlich. Ist klar. Die waren direkt tot. Da habe ich nur eh mal irgendwo rufgeschossen. Waren sie alle tot. Mann, wozu habe ich mein Geschütz überhaupt jetzt hier vor 5 Sekunden mein Geschütz hingestellt? Und jetzt ist natürlich der Kampf vorbei. Ist klar. Ja, naja, wenn du erst in den Platz des Produkt aufstellst, dann ist das natürlich klar. Sag mal hier, was lilanet hier oben. Was blauet. Schöne Farbe. Schön bei mir, was blauet wieder. Nach den Zivilisten sehen. Hier sind sie doch. Jetzt übernehmen sie wieder. Habt ihr gut gemacht. Ja. Oh, warte mal. Perfektes Timing. Ja, dann mach mal schnell. Mach mal schnell, dann kann ich ja nicht beeinflussen, wie schnell der Bastard oben ist. Dann ruft den oben. Er steht schon unten vor der Tür. Alles klar. Gut, Einsatz ist abgeschlossen auf jeden Fall. Gut, ich lege dich mal beiseite. Ja. In meine kurze dunkle Ecke. Mach das mal. Kann ich schnell masturbieren und dann komme ich wieder. Okay. Viel Spaß. Okay. Warte mal schnell hier hin. Zack, falls jetzt hier wieder Jäger kommen. Bin gleich wieder da. Komm, Kinder. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ach.